Gähnende Lehre im Saanpark, dem Heinz-Stadion der Eispiraten Grimmetschau. Hier sollte eigentlich das Eishockeyspiel der 2. Bundesliga zwischen den Grimmetschauer Eispiraten und den Hannover Indiens stattfinden. Doch es kam anders. Chemiealarm wurde ausgerufen. Das Spiel musste sofort abgebrochen und das Stadion evakuiert werden. Rund 2000 Zuschauer verließen daraufhin umgehend das Stadion. Ursache für den Alarm war ein Leck an der Küheanlage, aus dem Ammoniak austrat. Wir hatten Ende des ersten Spieltrittels Eishockey-Partie Eispiraten Grimmetschau gegen die Hannover Indiens. Da hatten wir einen Ammoniak-Austritt im Stadion. Dementsprechend gingen alle notwendigen Alarmvorrichtungen hier im Stadion an. Das Stadion musste evakuiert werden, da ein Ammoniak-Austritt sicherlich nicht ganz ohne ist, auch für die Besucher des Stadions. Das ging relativ flüssig, relativ fließend. Da sind wir auch sehr dankbar zu unserem Publikum, dass es so flüssig ging. Das Stadion wurde komplett geräumt. Die Feuerwehr ist angerückt und hat entsprechend jetzt zumindest erstmal das Leck gefunden. Wo der Ammoniak ausgetreten ist, hat dieses verdichtet und zumindest erstmal provisorisch bis morgen so weit abgedichtet, dass hier keine Gefahr mehr droht. Die Grimmetschauer Feuerwehr und weitere Spezialkräfte konnten das Leck an der Einsatzstelle abdichten und damit die Gefahr beseitigen. Bei unserer Ankunft hat sich also die Meldung bestätigt, dass es zu einer Ammoniak-Ausstürmung im Maschinenraum gekommen ist. Die Feuerwehr Grimmetschauer ist mit einem Angriffstrupp unter Schminkoldenschutzanzügen zum Innenangriff vorgegangen, hat das im Maschinenraum befindliche Ammoniak niedergeschlagen und sich auf die Suche nach dem Leck begeben. An 22.34 Uhr ist es uns gelungen, mit Hilfe von technischen Mitteln das aufgefundene Leck zu schließen und die Einsatzaufgabe zu lösen. Durch das umsichtige Handeln der Verantwortlichen und der Security konnten alle Besucher ohne Verletzung aus dem Stadion gebracht werden.